Aus immer wieder aktuellem Anlass die Philosophie des Krieges. Ich habe schon einige Podcasts über das Thema Krieg gemacht. Und ein Krieg ist etwas, das uns als Menschen sehr berührt. Meistens im negativen Sinne, weil wir Krieg erfahren, weil wir Krieg verbrechen, weil Krieg einfach etwas Schlimmes ist, etwas grundsätzlich Schlimmes. Und er kriegt die Eigenschaft, und darum geht es hier in seiner Philosophie, die Eigenschaft hat, alles außer Kraft zu setzen, was ein Frieden oder was Friedenskulturen geschaffen haben. Was eine Ethik, was in diesen Zusammenhängen eine Spiritualität und was Menschen überhaupt als Kulturleistung je geschaffen haben, wirklich ad absurdum führt. Und was mir ganz wichtig ist, und ich möchte es gleich zu Anfang sagen, der Versuch, Kriege zu regulieren, also im Sinne meinetwegen einer Genfer Konvention, einer Hager-Landkriegsordnung, von UN-Resolutionen, also zu sagen, wir müssen humanitäre Hilfe anbieten, wenigstens den Zivilisten, die nicht am Krieg beteiligt sind, zu Hilfe kommen und für die Sorgen, was ja sehr wichtig ist und auch sehr ehrenhaft ist, im tatsächlichen Kriegsgeschehen nicht funktioniert. Der Krieg ist gewissermaßen außer Rand und Band. Der Krieg ist nicht zähmbar. Der Krieg ist das, was absolut ist, was in dem Sinne total ist, was sich an Fürchterlichkeiten, an Schrecklichkeiten überbietet, was perfide ist in seinem Erfindungsgeist und in seinen Erfindungsmöglichkeiten, in seinen Taktiken, in seinen Strategien, in seinen Möglichkeiten, alles, was vorher als Kultur, als Ethik, als Moral, als Vernunft und so weiter da war, tatsächlich ad absurdum zu führen. Das ist der Sinn des Krieges. Sich darüber im Klaren zu sein, ist immer wieder ganz wichtig. Das heißt, diejenigen, die Kriege führen, das heißt jetzt sogenannte geordnetere Kriege, wie wir sie von früher kennen, also meinetwegen in Napoleons Zeiten oder zu Napoleons Zeiten auf den Schlachtfeldern Europas, scheinbar geordnet, wo sich eben Heere begegnet sind und dann hingeschlachtet haben, auch mit fürchterlichsten vorstellbaren Gemetzeln, aber eben dann doch nur auf diesem Kriegsschauplatz, das stattgefunden hat, also auf dem Schlachtfeld, hat ein Wandel erfahren im Laufe der Historien, immer wieder einen starken Wandel erfahren. Wir kennen die Terrorkriege oder heute wird es gerne tituliert als Terrorismus, nichts weiter als eine neue Form, eine andere Form, eine bisher nicht gewohnte Form von Kriegsführung, wo man jetzt eben alle möglichen Maßnahmen einsetzt, also ich nenne mal diese Beispiele, Sprengstoffattentate, Selbstmordattentäter und wir sind gegenwärtig tatsächlich in neuen Kriegsführungsmethoden angekommen, wo man sagt, wir verschanzen uns als Kriegsführende innerhalb einer Zivilbevölkerung, also in Krankenhäusern, in Schulen, dort, wo Zivilisten, wo Gebrechliche, wo alte Menschen, wo Kinder sind und installieren dort unsere Kriegsmaschinerie im wahrsten Sinne des Wortes, sodass eben der Verteidiger oder der Angreifer, derjenige, der als Kriegspartei reagiert, tatsächlich dann diese Zivilisten opfert, um tatsächlich die Täter, die Kriegsführenden an sich zu bekommen, weil sie natürlich diese Strategie besitzen, zu sagen, wir verschanzen uns unter den Menschen, die wir quasi als Geisel nehmen, ohne das als Geisel zu deklarieren, aber es ist dann tatsächlich so, dass sie Geiseln sind und dann gibt es eben nichts weiter, als das, wenn der Kriegs, die andere kriegsführende Partei, das dann tatsächlich bemerkt, als das zu tun oder eben zu unterlassen und was stattfindet, das sehen wir ja ganz aktuell im aktuellen Palästina-Konflikt, ist tatsächlich, dass man es in Kauf nimmt und diese Zivilisten dann eben opfert, zahlreiche opfert. Das heißt also, diejenigen, die tatsächlich kriegsführend sind, die Soldaten, die Herrscher, die Kämpfer, die Kommandeure, natürlich auch getroffen werden, aber vor allen Dingen die Zivilisten getroffen werden. Und das war schon immer in allen möglichen menschlichen Kriegen so. Es ging keinesfalls darum, auch wenn man versucht hat, das zu regulieren, dass das immer der Fall gewesen wäre, dass also nur Soldaten zu Schaden kommen oder Ränge von Soldaten, sondern immer wieder unzählige Zivilisten in Folge der Kriege oder eben in der Unmittelbarkeit der Kriegsführung als Opfer zu beklagen waren und als Opfer zu beklagen sind. Das ist einfach die Natur des Krieges. Das heißt, man muss sich ein für alle Mal darüber im Klaren sein, dass das Kriegerische immer versucht, etwas Starkes, Neues, Schreckliches natürlich auch, Fürchterliches, in dem Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes, Kriegerisches zu tun, zu inszenieren und tatsächlich auch durchzuführen. Sodass diese Art von Kriegsführungsmöglichkeit eben eine neue Möglichkeit, eine Erfindung geradezu in vielen Fällen darstellt, die vorher nicht da war. Und insofern haben wir dann solche Begriffe wie Terrorismus, den man dem eigentlichen Krieg nicht so ordnet. Oder man mag dann vielleicht denken, ja, wieso führen die keine ordentlichen Kriege? Das heißt also, sie fragen dann die Leute oder fordern sie heraus, zu einem Krieg und dann begegnen sich eben Soldaten, die Ränge haben, die reguliert sind, in ihrer Militäreinheit reguliert sind, die bekämpfen sich. Das ist natürlich nicht der Fall. Das heißt, es widerstrebt ganz klar der kriegerischen Kultur und den kriegerischen Kulturen geradezu, dass sie gerade das tun, was sie nicht tun sollten und typischerweise nicht tun dürften. Und vielleicht auch gerade wegen der Konvention, wegen der Menschlichkeit, wegen der Humanität und dem Humanitären. Gerade auch deswegen. Und wir sind uns natürlich darüber im Klaren, je mehr Menschen auf fürchterlichste Art und Weise zu Schaden kommen, desto größer natürlich auf der anderen Seite das Potenzial der gegengerichteten oder gegenseitigen Kriegsführung, um sich das natürlich nicht gefallen zu lassen, um wehrhaft zu sein und um selber eben kriegerische Aktionen zu führen. Das heißt, der Krieg ist immer das Potenzial des Anderen. Der Krieg ist immer das Potenzial des Nichtfriedlichen. Der Krieg ist immer das Potenzial des Noch Möglichen, dessen, was man sich sonst oder unter friedlichen Umständen niemals getraut hätte, niemals denkbar gewesen wäre, weil wir uns eben als Menschen immer wieder regulieren, weil wir kulturschaffend sind, weil wir staatstragend sind, weil wir einen Staat schaffen, weil wir Gemeinschaftensysteme haben, in denen wir uns organisieren und vernünftig, menschlich umgehen. Und dieses vernünftige, menschliche Umgehen hat als Grundlage, dass es eben auch das Nicht-Vernünftige und Unmenschliche gibt. Und sich darüber im Klaren zu sein, ist ganz wichtig. Das heißt, Krieg kann jederzeit von denjenigen entworfen werden, entstehen, also von den Beteiligten, die daran Interesse haben und sagen, ich mache jetzt alles Mögliche, um auf meine Belange tatsächlich aufmerksam zu machen, um mein Machtbegehren, mein Begehren grundsätzlich als Gruppenbegehren, als kriegerisches Gruppenbegehren tatsächlich in den Vordergrund zu stellen und alles Mögliche zu unternehmen, damit so ein Krieg möglich ist. Das geht so weit, dass ein Krieg vollkommen außerhalb der typischen militärischen Strukturen stattfindet und vielleicht ein Einzelkrieg ist. Also ein Krieg von Menschen, die vereinzelt sind, die jetzt vielleicht durch gewisse gemeinsame Medien oder Abspracheaktivitäten formiert werden, die aber an sich, jeder für sich, kriegerisch einzeln handeln in dem Sinne. Jederzeit zustechen können, wir sehen das an Messeattacken, wo man sich jederzeit solidarisieren kann oder auf die Idee kommt, selber Kriege zu führen, auf die Art und Weise in einem größeren, gemeinsamen Umfeld, dass das dann auch reproduziert. Das heißt, dieses Upside-Down, das wir als Menschen in uns tragen, dieses abgründige Potenzial, also ich verherrliche hier nicht den Krieg, sondern ich sehe ihn ganz klar als etwas sehr, sehr Schreckliches, aber als die Möglichkeit, einen Krieg einsetzen zu können, wenn andere Regularien und wenn andere Kommunikation, wenn vernünftiges gemeinsames Handeln nicht stattfindet. Das ist ein Fakt. Das heißt, egal in welche Zeit wir schauen, egal mit welchen Mitteln Krieg geführt wird, er hat immer, er trägt immer ein rigoroses Potenzial in sich, bar jeder Menschlichkeit oder nicht in der Hoffnung einer Menschlichkeit, damit eben der genannten, was weiß ich, Hagerlandkriegsordnung, Genfer Konvention und all diesen Geschichten, die wir gerade auch in der heutigen Zeit gar nicht mehr gelten machen können, weil sie nicht eingehalten werden und weil die kriegsführenden Parteien ihren Krieg auf ihre Art und Weise darstellen. Das heißt, in dieser Grausamkeit, um dadurch eben auch strategisch gesehen oder taktisch gesehen Chancen zu haben, wahrgenommen zu werden und da sind. Das heißt also, wenn wir die als Terroristen bezeichnen, ist das zwar richtig und ist auch wichtig, damit umzugehen, aber der Terrorismus bedeutet nicht, dass deswegen nicht Krieg geführt werden würde in der Art und Weise. Also das ist dann nicht der Fall. Sondern Krieg ist aus sich heraus, um das nochmal zu unterstreichen, etwas Absolutes, etwas Starkes, etwas Raffiniertes, etwas, natürlich etwas, wie ich schon sagte, auch etwas Perfides und all das, also etwas Unmenschliches oder überhaupt auch Verwerfliches an sich. Sich darüber im Klaren zu sein, ist sehr wichtig und wenn man dann in die Lage versetzt wird oder diejenigen in die Lage versetzt werden, solche Art von Kriegen zu führen, dann bedeutet das, dass sie alle möglichen Mittel einsetzen werden, um auf sich aufmerksam zu machen, etwas zu gewinnen, etwas erreichen zu wollen, eine Strategie erreichen zu wollen und so weiter. Das ist also etwas ganz, ganz, ganz Starkes. Und das ist ein Destruktionspotenzial, das in der Menschheit schon immer vorhanden gewesen ist, egal in welcher Kultur, egal in welche Kultur wir reinschauen, wenn wir ein bisschen historisches Bewusstsein haben, dann können wir weltweit feststellen, dass immer wieder grausame und grausamste Kriege und kriegerische Handlungen stattgefunden haben. Und dass es vielleicht sogar kulturell bedingte Zeiten oder temporäre Zeiten gibt, in denen Kriege an der Tagesordnung sind, ich wiederhole es, tatsächlich in allen möglichen Kulturen, bei allen möglichen Völkern, egal welche Kultur sie geschaffen haben. Und das ist also immer ein Potenzial, das aufbrechen kann, geradezu aufbrechen und ausbrechen kann und sich dann eben über die betreffenden Menschen ergießt und das Schlimme anrichtet, was eben kriegerische Handlungen anrichten. Und nur in dieser Bewusstheit, nur in dieser Klarheit, sind wir überhaupt auch in der Lage und jetzt auch philosophisch gesehen in dieser dualistischen Lage zu sagen, es gibt den Nichtkrieg, es gibt den Frieden, es gibt die Kultur des Friedens, es gibt eine Ethik, es gibt eine Vernunft, es gibt eine Menschlichkeit, es gibt eine menschliche Hinwendung, es gibt sowas wie Empathie, es gibt Mitfühlen und all diesen Dingen, weil es eben das andere de facto als ständig ausbrechendes oder jederzeit aufbrechendes und ausbrechendes Potenzial gibt. Das ist wichtig. Das ist so, wie wir einen plötzlichen Sturm einsetzen. Das ist so, wie wenn plötzlich ein Vulkan ausbricht. Das ist so, wie sich ein Erdbeben plötzlich auftut oder wie eine Springflut über ein Land geht und alles Mögliche zerstört. Das ist Krieg. Tatsächlich als jederzeit mögliches Potenzial, das ausbricht und das seinen wilden Charakter hat, der versucht etwas Neues zu erfinden, mit etwas Neuem umzugehen und sei es mit einem Faustkampfaufstand, den wir erlebt haben, Boxeraufstand in China zum Beispiel und all diesen Dingen. Und diese Illusionen, darum geht es mir hier im Kern tatsächlich, einen Krieg regulieren zu wollen und vernünftig gestalten zu wollen, etwas Absurdes ist geradezu. Weil jeder, der einen Krieg führen will, kann ihn mit den Mitteln und mit den Möglichkeiten führen und sei es, wie gesagt, als eine Person, als nur eine Person, die so etwas führen will und das muss ich nicht im militärischen Verband vonstatten gehen lassen, sondern es hat alle möglichen Potenziale, die man überhaupt nur entwickeln kann. Sich darüber im Klaren zu sein, ist etwas ganz Wichtiges. Umso wichtiger ist es eben auch, dann den Frieden zu gestalten, Gespräche zu gestalten, Verhandlungen zu gestalten, alles Mögliche in Gang zu setzen, damit Kriegerisch-Handlungen nicht entstehen. Das heißt, eine gemeinsame Zufriedenheit zu haben, eine gemeinsame Partizipation in einer Kultur zu gestalten, wo alle teilhaben. Wir brauchen dringend immer wieder Teilhabekulturen. Demokratien zeichnen sich dadurch aus, aber auch andere Staatssysteme, dass sie gewisse Teilhabekulturen darstellen. Ein Volk, das einen Volksaufstand oder mit kriegerischen Aktionen plant, tut es deswegen, weil eben zum Beispiel desolate Zustände herrschen und da scheinbar gar nichts mehr anderes übrig blieb. Man kann nicht beispielsweise ewig demonstrieren oder auf bestimmte Arten auf seine Belange aufmerksam machen, sondern irgendwann gibt es eben oder ist die Gefahr da, dass ein kriegerisches Potenzial durchbricht. Und dann ist es eben nicht mehr so. Und das hat natürlich dann Ursachen, zum Beispiel in der Art, dass Ungleichheit existiert, dass Reichtümer falsch verteilt sind oder einseitig verteilt sind, dass also Menschen nicht miteinander und einander partizipieren und sich unterstützen und das, was wir uns natürlich wünschen als Menschen. Und was eine tiefe Sehnsucht in uns ist, aber was eben oft nicht stattfindet. Das heißt also, die Dinge, die zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen, wie meinetwegen jetzt Menschen, die auf eine bestimmte Art und Weise gehalten werden, in Schach gehalten werden, reguliert werden und all das Einseitigkeiten darstellen, die ein natürliches kriegerisches Potenzial oder die Gefahr natürlicher kriegerischer Potenziale in sich bergen und dann eben auch ausbrechen und eine Tatsache werden. Und insofern, der Krieg, bedauerlicherweise, um das nochmal zu unterstreichen, schlimmerweise, fatalerweise, immer eine Option darstellt und wir deswegen im ethischen Sinne, im moralischen Sinne, alles tun müssen, um das nicht geschehen zu lassen, um eben ein friedliches Miteinander zu ermöglichen. Und dieses friedliche Potenzial ist tatsächlich nur dann möglich, wenn wir etwas gemeinsam dafür tun. Das ist also etwas sehr Wichtiges im Sinne einer gemeinsamen Integration, einer gemeinsamen Gestaltung und Teilhabe und all dessen. Ansonsten ufert Krieg aus und er ist nicht regulierbar. Er ist in keinster Weise regulierbar, weil wir natürlich als Menschheit oder auch nicht nur als Menschheit, wir kennen das im Tierrecht teilweise auch, Potenziale in uns tragen, etwas vollkommen destruktiv gestehen zu lassen. Das ist also diese geradezu triebhafte Destruktion, die wir in uns tragen. Sigmund Freud hat beispielsweise vom Todestrieb gesprochen, vom destruktiven Trieb gesprochen, ist etwas tatsächlich Faktisches, was vorhanden ist. Und ich denke, wir leben auch in einer Gegenwart, in der das wieder jeden Tag buchstäblich, wortwörtlich darstellbar ist und wo wir das sehen können und uns darüber im Klaren sein müssen. Und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.